hallo freunde und herzlich willkommen zu einem neuen video heute haben wir wieder unseren unimo 406 dabei und zwar wisst ihr ja wir sind ja oft im wald holzspalten sägen etc und da haben wir natürlich auch für die toten bäume die wir rausgesägt haben müssen auch neue kommen deswegen haben wir uns heute mal gedacht bringen wir mit unserem unimo und einem ebc container war was wasser zum wald aber zuerst müssen wir den tank mal auf auffüllen wir haben hier unseren adapter wir schließen jetzt mal an hahn auf und dann würde ich sagen drehen wir mal wasser an und dann kommt da auch schon wasser ein so meine freunde wir haben vorne unsere fronthydraulik runter geklappt fronthydraulik anmontiert schläuche dran alle funktioniert wir haben hier eine gabel ja die haben wir euch schon mal vorgestellt die kommt von einem obstbauern der hat salat und gemüse damit gefahren wir haben uns jetzt mal herangemacht und werden gleich den container damit anheben und dann zum wald hinfahren mal gucken wie der unimo vorne in die knie geht wenn er so circa 500 kilo auf die schnauze kriegt ja also wir haben hier eine skala eine genaue wir haben jetzt ungefähr um die 300 liter wir warten jetzt erstmal auch so bis 500 liter gucken mal was der unimo dann macht und wir können natürlich auch nicht zu voll machen weil dann schwappt das ja uns noch über so jetzt werden wir den unimo erst mal starten und hoffen dass er auch gut klar kommt mit dem gewicht da geht der unimo aber ordentlich runter so dann würde ich mal sagen steigen wir mal in den mal rein Wie soll man eben sehen, wird man schnell mit unserem Container hier von der Hauptstraße kommen. Es ist ja nicht immer alles so offiziell, was wir machen. Ein bisschen Risiko hat man immer, aber es funktioniert. So, hier biegen wir mal hier schön rechts ab, landwirtschaftliche Wege. Dann haben wir auch nicht so viele Probleme mit den Schakus. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So Freunde, wir sind jetzt am Wald angekommen und jetzt werden wir erstmal eben den IBC-Container abladen. So, wir werden den IBC-Container jetzt erstmal hier auf den vier Steinen abstellen. Die Steine sind dafür da, weil wir wollen ja später auch noch vernünftig hier aus dem Hahn Wasser rauslassen. Und dann können wir halt besser den Eimer darunter stellen. So, dann fahren wir mal wieder raus aus dem Container. So, und dann würde ich sagen, haben wir erfolgreich Wasser zum Wald gebracht. Jetzt werden wir erstmal unseren gepflanzten Bäumen etwas Wasser geben. So Leute, wir haben jetzt hier den Tank stehen. Hier drunter schon ein Eimer, wie man sieht. Jetzt werden wir mal eben Wasser absüllen. Kleine Dusche wäre auch nicht schlecht. Letzten Sommer haben wir diesen Container im Garten stehen gehabt. Als Whirlpool, wo die Affenhitze war. Da haben wir uns da reingelegt mit der Pulle Bia. Jetzt haben wir den hier stehen. Er ist ja nicht mehr so affenheiser, aber es war ja sehr heiß. Jetzt werden wir mal eben ein paar Bäume gießen. So, hier haben wir einen Nussbaum gesetzt. Einen jungen Nussbaum, der wird jetzt erstmal seine 10 Liter Wasser bekommen. Also, es ist wirklich nicht mehr normal hier. Das ist eine Trockenheit. Und wir werden jetzt erstmal allen Bäumen Wasser geben. Ich verabschiede mich schon mal. Ich springe wieder in unseren 406 rein, der seine Arbeit jetzt schon wieder getan hat. Ich werde jetzt hier aus unserem super Waldstück rausfahren. Er hat sich wieder gut hingegeben mit seinem Gewicht vorne auf der Fronthydraulik. Ich werde jetzt mal eben rausfahren aus dem Busch. Sonst sehen wir uns nächste Woche wieder. Leute, seid dabei. Ja, also damit verabschiede ich mich auch nochmal. Das war's mit dem Video. Und dann sehen wir uns wie immer. Ganz gewohnt. Am nächsten Samstag um 11 Uhr wieder. Das war's mit dem Club. Yeah, 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 yeah Let's go, she's talking gossip